Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft WG mit dem Mief-Steve. Hallo. Dem Weathermoon. Ja. Hallo. Der Julia. Hallo. Mir und der Ria. Uhu. Unsere Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie die Packungsüberlage oder schlagen Sie einen Ast für Apotheker. Also wenn ein Teil der Folge fehlen sollte am Anfang, dann dürft ihr jetzt bei Ihnen gehen und euch dort beschweren. Das kann ich dafür, wenn ich so schnell rede. Das habe ich gelernt, ja. Oh noch. Ich konnte gar nicht so schnell auf, 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 damit drücken. Das liegt. Schau mal, wie wäre es mit dem Boden? Es ist dunkler. Ich habe Angst, Ria. Nein. Es wird Nacht. Er würde sogar noch gehen, aber nee, kann man jetzt nicht. Das Problem ist, wir wollen eine Mansion bauen und eine Mansion hat einen sehr, sehr dunklen Ton. Okay, dann habe ich einen Vorschlag. Ich muss das erst ausprobieren. Wenn du schon mal dunkel bleiben willst. Das ist mir am Rand. Nur am Rand. Buch. Ja, du seins macht es schon. Ja, 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 ja. Du musst vertrauen, du hast noch nicht gesehen, wie ich baue, oder? Nö. Nö. Dann musst du mir mal vertrauen. Sonst bin immer ich die baut. Oder habt ihr irgendeinen Plan, warum Milata so ein komisch weißes Graffilm im Inventar haben? Äh, hast du dir nicht aufgeschrieben, wozu? Na, warum? Weil du das letztens schon vergessen hast? Also, ja, keine Ahnung. Egal. Und nachts versteht man nicht übrigens so schlecht. Er müsste doch mal anständig zu erlosen, gibt's doch nicht. Was? Du bist anständig zu erhören. Leute, lass mal ein bisschen schlafen gehen, Alter, ich verstehe nichts, was die sagt. Ich liege im Bett, aber alleine bringt das nicht viel. Oh, Rather, ich komme zu dir. Ui, da ist ein Spinn. Ja, wir haben da auf der anderen Seite noch zwei Betten stehen. Da ist ein Spinn. Da ist ein Spinn. Da ist es glätt. Da ist es dich. Oh, süß. Oh, süß. Ich wusste noch, als Rather mich das erste Mal beim Netzwerktreffen getroffen hat, er hatte keine Ahnung, wer ich bei einem Schnee gesehen hatte. Ich würde es doch jetzt nicht mehr erkennen. Rather ist einfach so. Ich bin immer zu dem Mann mit der roten Nase. Echt, ey. Ich kannte Rather, ja. Deswegen war das ja recht einfach. Du bist dich schon wieder. um ihn zu erkennen. Aber er wusste halt nicht, wer ich bin. Und das war halt das Lustige. Wieso liegst du in meinem Bett? Baut sie da irgendwas? Lass mich mal Rather schlafen. Baut sie da irgendwas aus brauner Hüt oder so? Ab Angst. Meine Gäste hier. Ich glaube schon, oder? Du bist besser. Also, fäust sie da irgendwas? Au! Wäck, 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 ich bin in der Wand aufgewacht. Ja, nicht nur du. Oh, oh. Oh, oh. Ach, ist es. Ich bin's mit der Weide gefühlen. Kein Problem. Ich sag einfach nichts mehr dazu. Wieder so viel. Hallo? Hallo, Julia, hinter dir sind ein paar Creeper, ne? Ja, ich hab's gemerkt. Ich denk mir einfach nix. Das passiert mir öfter. So, da ist noch ein Creeper. Guck mal. Schau mal. Da. Wum drin? Rhea? Hallo? Ah! Ja, ich hab'n Creeper-Kopf. Oh. Ja, ich komm zur... Tür raus. Danke, Brother. Das ist kaputt. Ja. Ich komm zur Tür, da steht der Creeper da. Ich lauf' weg. Wer läuft hin, damit's kaputt geht? Ich hab's ja nicht gesehen, den Creeper. Ja. Kann ja Mob-Greephing von mir aus ausmachen. Rhea, guck mal. Ein bisschen lustige Sachen müssen ja schon noch... Ups, da bleiben. Guck mal. Das kann doch sehr lustig werden. Was? Guck mal. Baust du mich gerade ein? Ja, du sollst nicht drüber gucken. Nice. Oder? Ah! Wie kommen die denn alle her, ey? Das ist ja schrecklich hier. Wir brauchen eine neue Tür. Vielleicht eventuell hab ich die auf dem Weg hierher mitgenommen. Keine Ahnung. Wie gesagt, das passiert mir öfter. War da noch einer, oder was? Auf einmal sind die dann hinter mir. Also, ne? Wie gesagt. Das ist eine anziehende Persönlichkeit. Scheinbar, scheinbar. Du verstehst völlig wieso, aber wie gesagt, ich... Oder du hast irgendwas verhext. Du hast da irgendwas komisches erzählt letzte Nacht. Ähm, okay. Hör auf ein Skelett mit einer goldenen Rüstung rum. Also, diese Welt ist echt gefährlich. Ach ja, ihr könntet mal Fackeln machen. Habt ihr schon überhaupt mal Kohle gesehen? Ich hab noch keine Kohle gesehen. Doch, ich hab Kohle. Ich hab auch Kohle... Im Ofen hab ich sogar Kohle reingetan. Ach so, mein Ergut hab ich jetzt nicht gesehen. Ach so, da kann ich ja meine Kohle auch noch gleich mit dazu packen. Ich hab nämlich auch ein bisschen Kohle. Ach, schon wieder so einer mit goldenen Rüstung, ey. Dreh am Wort. Na, den hab ich grad gesehen. So. Also, per se hab ich das Gefühl, dass man in den Zahn irgendwie verändert hat. Du solltest wirklich Gedächtnistraining machen. Mh, nö. Du grafst wirklich viel auf oder so. Ähm, da. Oh, ich hab ein Schwert. Ah, eins, zwei, drei. Aha. Was ist denn das für ein komischer Knopf? Wenn man was craftet, steht daneben eins und dann so ein Pfeil. Keine Ahnung, was das bedeutet. Geht nix dran. Immer was craftet im Crafting Table. Ähm, Rather. Autsch. Ich hab nur ein halbes Herz und bin da runtergesprochen. Aber sag mal, findest du das nicht ein bisschen krumm, wenn die Tür nicht in der Mitte ist? Sag mal. Das sieht doch komisch aus. Ach, meinem Tod leckt jetzt alles. Ja, hier ist die... Das ist doch ungerade. Da ist eins, zwei, drei, zwei. Ey, warum ist das nun gerade? Ja, das frag ich dich. Hier. Das ist auch ein bisschen makaber, wenn man so ein Grabstein kriegt, dann muss man selber der Kopf raus. Ah, das wolltest du. Okay. Wenn der stirbt, dann guckt ihr selber aus dem Boden raus. Ja. Guck mich mal kurz an. Oh, du hast gewunken. Cool. Lol, wie kann man winken? Äh, das geht immer in der Minecraft-Version. Da gibt's... Oh, geile Scheiß. Facepalm. Warum ruckelte mein... Mein... Ich hab C gedrückt. Wow. Wow. Muss mal disconnecten. Du hast dir das Schwert in den Kopf gesteckt. Das wird mir jetzt so doof. Ich bring mich um. Oh, Ding. Sowas gibt's keine Heilung. Da findet nicht mal Ratha irgendwas. Warte, kann man. Kann man das so kombinieren? Oh doch, das kriegen wir hin. Das sieht aus, als ob du dir so... Ach du Scheiße, was soll das denn? Klackt nur von Notre Dame oder was? Headbang. Ach, das ist Headbang. Mach mal zucken. Mal gucken, wie zucken aussieht. Warte, geht das? Aber kann der Schwert... Oh Gott. Ach, das war zucken, okay. Ach du Scheiße. Und hier wird so das erste Haus errichtet, oder wie? Ja. Nice. Wo denn? Wo baut ihr denn? Ein Stückchen vom Haus. Ja, ja. Links, links rum. Ich hab halt auch schon sehr schönes Spa-Material gefunden. Wollen Sie sehen, Herr Payne? Ich glaube, wir bauen uns eine Bibliothek und Hexenhäuschen nebeneinander oder so. Herr Payne, das können wir machen. Das ist ein Tour. Wollen Sie mal ein richtig schönes Spa-Material sehen? Das hier. Das ist schönes Spa-Material. Ja, ist okay. Ja, siehste? Sag ich auch. Herr Architekt! Ja! Ich bin ein Tour! Ein Tour! Auch ein Tour! Ja, chill! Kann man auch aufs Screen bauen. Wo soll denn die Bibliothek hin? Nein. Ähm. Das habe ich noch nicht... Mit ins Haus können wir die meinetwegen auch dann bauen. Nein, ich baue mir die selber. Okay, sorry, sorry. Felix ist da, will ich mitreden. Nee, wir machen ein Gemeinschaftshaus und dann halt, wie so als kleines Dörfchen, die ganzen eigenen Gebäude noch dazu. Dann haben wir eine... Wir bauen uns eine Stadt auf, wenn wir hier schon stranden. Ich meine, wir wollen ja hier leben, ne? Können ja nicht ewig lang alle zusammen wohnen. Das war jetzt Eische, oder? Was? Aber wir brauchen einen Turm, vergesst das nicht. Das war jetzt Eische. War das Eische? Roletta, du kennst mein Haus aus Dragons, ne? Aus dem alten Dragons, oder? Ja. Willst du so einen Turm haben? Nein, ich will einen Turm. Okay. Achso, stimmt, das würde eher zu hier Julia passen. Was? Mein Haus aus Dragons. Das sieht halt aus wie so ein Hexenhäuschen. Auf dem Berg. Das darf ja nicht zu offensichtlich sein, verstehst du? Ja, und dann gehst du halt nur nachts rein. Sonst kommen da wieder die Leute und wollen mir wieder mein ganzes Zeug klauen, weil sie wissen, dass man damit wirklich richtig nützliche Sachen machen kann. Wo kann man Weipons machen? Ich hab das nämlich schon mitbekommen, dass du den Mifi anspechtest, ja? Gut. Ja. Hab ich schon mitbekommen. Okay. Meinen Zaubertrank, einen Liebestrank kriegst du nicht, kannst du vergessen. Krieg ich den? Fragt sie nur für wen? Ja, gute Frage, ne? Verrat dich nicht. Liebestrank, das kann gefährlich werden. Was mach ich denn jetzt? Ich mach jetzt Fackeln. War das noch ne Ebene höher? Was? Natürlich. Entschuldigung, Herr Architekt, dass ich gefragt habe. Der ist echt pingelig, das ist unglaublich. Ja, ekelhaft, ey, ohne Scheiß. Ich glaub, der mag uns Mädels nicht. Oh nein, oh nein, der chippt das jetzt nicht, ja. Okay, Herr Architekt. Ja? Ich gehe davon aus, dass die Fenster zwei Blöcke hoch sind, richtig? Äh, nein. Drei Blöcke hoch? Ja. Das wird ein großes Haus. Ja, das wird ne richtige Männchen, wie gesagt. Aber Leute, ich hab's schon. Mit Galerien und so? Ja, richtig geil wird das, Leute. So richtig mit Teppich und alles auf dem Boden, roter Teppich. Oh, Leute, ich hab, oh, ich hab so eine geile Männchen im Kopf. Oh, Leute. Solang es nicht die Maniac-Männchen ist und dann, äh, Decke Hans, dein Toaster oder sowas. Was ist mit Hans und was ist mit seinem Toaster? Stecke den Hamster in den Toaster ab. Stecke den Hamster in den Toaster, was? Alles klar. Darüber sollten wir uns vielleicht nochmal in Ruhe unterhalten. Ja, heute Nacht, okay? Okay. Okay. Bis dahin hat sie es vergessen. Wow. Wir brauchen übrigens mehr Schwarz-Eiche. Was hast du gehört? Ich bin schon dabei, Eiche abzubauen. Eiche. 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 Echala. Ich frag mich ja echt, wie ich bei den Zuschauern rüberkomme, ne? Ach, keine Sorge, wir haben sowieso vorgehabt. Ich, äh, nee, nee, du wirst nicht rauskommen. Keine Sorge, alles gut. Ich hab keine Achse. Wenn du das Haus gebaut hast, schmeiß ihn mir einfach raus, weil keiner Bock hat, eigentlich das Haus zu bauen. Doch. Ja, ich hab aber auch dran Spaß. Spaß? Wow. Ja. An Arbeit. Ich bin reines Arbeitstier, Leute. Das ist harte Arbeit, ja. Hauptsache, ich hab mich eigentlich schon so vorbereitet, dass wir, dass ich so ein ME-System und so baue. Schon diese App ist schon diese Aufnahmesession. Was bauen wir erstmal ein Minecraft Vanilla-Haus? Irgendwie so, oh, alter Mod-Projekt, Leute. Ganz neues Stuff und so. Ja, aber erstmal brauchen wir ein Haus. Ein Minecraft Vanilla-Haus. Ganz klassisch. Das sieht komisch aus hier, Herr Architekt. Was sieht komisch aus? Wenn wir mal ins Bett gehen, es ist nämlich dunkel. Was sieht komisch aus? Das hier? Oh, das ging aber auch nicht. Der Wickel hat einen Zaun verlaufen. Das, das sieht noch alles gut aus, Leute. Keine Sorge. Ähm. Da legst du sie nieder. Ja, ohne Scheiß. Es ist alles so ein bisschen seltsam. Ich weiß auch nicht. Keinen Plan. Vielleicht würdest du mich gerade umbringen, aber ich stehe da irgendwo auf dem Haus. Aber ich baue da einfach mal weiter, warum auch immer. Ich weiß nicht. Ich bin so einsam. Also, ich habe schon jemanden neben mir, aber. Meine Herren. Das reicht dir wieder nicht, ne? Nee, eine reicht mir nicht. Steve versucht seit... Ja, gut. Kann ich im Bett emoten? Eine Ewigkeit aus der Höhle rauskommen. Guck mal, ich kann im Bett emoten. Aber weder Julia noch Plin bewegen sich in unsere Richtung. Warum? Nein, stopp. Wir haben irgendwo einen Baufehler. Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber du baust irgendwie so einen Scheiß zusammen. Ich weiß zwar gar nicht, warum ich dir da helfe, aber hey. Mit mir kann man es auch machen. Ja, das wird so nix. Meine Herren. Vor allem, schau... Guck mal her. Geh mir her, Bursche. Bursche, geh mir her. Schau doch mal. Was soll denn das da sein, bittchen? Was soll das da sein? Ja, das wird auch einfach ausgefüllt. Achso. Alles klar, alles klar. Denken wir schon, dass wir einen Cut haben. Das passt schon. Warte mal, machen wir was. Was hast du noch für Emojis? Okay, lass mal Penn gehen. Komm mal mit, Julia. Kann ich jetzt einfach auf den Bett klicken? Wenn ich sie mir jetzt irgendwie umeinander schaffe, oder was? Was? Bin ich der Pumbo, dass du das wegschließt, schaust du, weil du meinst, dass sie da lang gehst, ohne Scheiß. Das, was ich im Bildschirmrand gesehen habe, das war ziemlich perfekt. Ich kam aus dem Westen, ich verstehe überhaupt nichts. Ich habe gar nichts gemacht. Ey, da ist es, bin aber auch vorhin. Ich kann ja auch, wie das aussieht. Warte, warte, ich lege mich jetzt auch hin, okay? Das ist Spinn. Oh, ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt das sehen. Ach, nix, 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 nix. Hau auf, das ist so. Das ist richtig gut. Tschüss, tschüss. Folge aus. Okay, alles klar. Tschüss. 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 Tschüss.